Die schönste Ecke von Lou. Ich zeig, ihr guckt. Da, also hier, befinden wir uns im größten Weinkeller der Pfalz. Das ist nämlich die Weinkellerei der BASF. Guck mal, was da ist. Ist das nicht paradiesisch? Die machen ja heute unheimlich tolle Etikette, die Winzer. Das zum Beispiel ist Paradiesgarten The Sinful Riesling. Also der sündige Riesling. Das übrigens ist eine exklusiv BASF-Edition. Die haben nämlich ganz viele Sachen, die nur für die BASF, also für die BASF, nicht von der BASF hergestellt sind. Das hat mich persönlich berutscht, weil die BASF kann natürlich vieles sehr gut, aber Bäumacher ist besser, wenn sie das anderen Leuten überlässt. Und das hat sie getan. Ganz tolle Sache. Habt ihr gewusst, dass hier in der BASF-Weinkellerei zu Ludwigshafen über eine Million Weuflasche lagern? Es 2000 verschiedene Weinsorten gibt und über 100 pelzische Winzer hier vertreten sind. Alles hier in Luh. Nur da in Luh. Es ist nicht mein.